Gestern erreichte uns die schockierende Nachricht vom Tod des Sängers Liam Payne. Der 31-Jährige stürzte während eines Urlaubs in Argentinien von einem Hotelbalkon. Die genauen Umstände seines Todes sind bislang unklar. Zuvor soll Liam in der Hotellobby aufgefallen sein, als er seinen Laptop zerstörte. Anschließend wurde er angeblich in sein Zimmer begleitet. Wenige Tage vor seinem Tod äußerte sich seine Ex-Freundin Maya Henry in einem Podcast. Im Gespräch mit The Internet is Dead sprach das Model über die schwierige Beziehung zu Liam. Sie berichtete, dass er nach der Trennung häufig Kontakt zu ihr suchte. Er schrieb mir immer, es geht mir nicht gut, erzählte Maya. Oft habe er auf seinen eigenen Tod angespielt und gesagt, ich werde sterben. Aus Sorge um seine mentale Gesundheit versuchte sie ihm zu helfen. Er wollte die Hilfe nicht annehmen, erklärte die 24-Jährige. Die ständigen Nachrichten überforderten sie jedoch, sodass sie eine Unterlassungserklärung beantragte. Er sagt all diese Dinge, ich muss ihm helfen, erinnerte sie sich. Aber falls etwas mit ihm passiert, könnte ich mir das nie verzeihen. Nun ist Maya mit der traurigen Realität konfrontiert. Die Musikwelt trauert um einen talentierten Künstler. Fans weltweit sind erschüttert über den Verlust von Liam Payne. Weitere Details zu den Umständen seines Todes stehen noch aus. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tiefstes Beileid aus.